Achtung, bitte Vorsicht am Bahnsteig 3, es hat Einfahrt, der Eilzug nach Oberhausen. Sehr geehrte Fahrgäste, leider kann dieser Zug im Moment nicht weiterfahren, die Fahrzeit des Lokführers ist abgelaufen. Er ist über 8 Stunden schon im Einsatz und es ist laut unseren Richtlinien nicht erlaubt, dass er noch weiterfährt. Wir werden jetzt sehen, wo wir einen Ersatz-Lokführer herbekommen. Bitte haben Sie ein wenig Geduld. Sehr geehrte Fahrgäste, leider haben wir noch keinen passenden Lokführer gefunden. Wir müssen überlegen, wie es weitergeht. Sehr geehrte Fahrgäste, da wir jetzt eine Rangierfahrt ausführen müssen, bitten wir Sie auszusteigen und alles, was Sie haben, auch mit rauszunehmen. Keine Fahrräder, kein Gepäck darf im Zug bleiben. Wir werden den Zug zunächst einmal vom Gleis abziehen und auf einem anderen Bahnsteig wieder neu einsetzen. Weißen Sieg zum Zettel, die auf dem Bisschen. Zettelwäck. Das ist eine Rangierfahrt aus. Dann muss ich noch einen Rangierfahrt ausführen. Zähne So, meine Damen und Herren, der Zug steht auf Gleis 4 bereit und Sie dürfen jetzt wieder dort einsteigen. In wenigen Minuten werden wir Ihnen mitteilen, wie es nun weitergehen wird. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Meine Damen und Herren, es ist uns gelungen, einen Lokführer aufzutreiben und die Lokomotive wird jetzt in wenigen Minuten ankuppeln. Meine Damen und Herren, Ihre Ersatzlokomotive. Es ist eine Dampflokomotive der Baureihe 050. Wir konnten einen Lokführer auftreiben. Allerdings nur, wie gesagt, für diese Dampflokomotive. Liebe Fahrgäste, bitte einsteigen, Türen schließen und Vorsicht bei der Abfahrt. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020